. Es nervt, dass uns dieser Nazi-Spuch immer wieder auf die Bühnen treibt. Und es nervt, dass diese braune Grütze in ihren Köpfen immer grütziger wird. Aber es beruhigt uns, dass wir so viele sind. Wir lassen uns Thüringen nicht nehmen. Und wir lassen uns Deutschland nicht nehmen, nicht von den Nazis. Komm, zeig die Faust! Zeig die Faust! Ich bin Toni Krahl, die Stimme von City. Er hat an ihr vorbeiziehen und ihm war kalt dabei. Kein Fanzi macht es ungeschehen. Ich spiel noch mal ein Stand aus bei. Er hat sie nicht vergessen können. Das lächelnde Gesicht war ein stilles Niederbrennen, nie ganz ausgelöscht. Ich spiel noch mal ein Stand aus bei. 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 Sollte die Faust! Und er hat sie nicht vergessen können, wenn er die Zigarette ausdrückt und die Augen reigt. Sieht er, wie sie davon fliegt, nur der Nebel bleibt. Er hat an ihr vorbeigesehn und ihm war kalt dabei Kein Anzieh macht es ungeschehn, es war ein trüber Mai Spiel doch mal, das Tag aus Bayern 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 Casablanca, as time goes by Spiel doch mal, das Tag aus Bayern